So, da sind wir wieder. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show und zu SOMA. Wir sind ganz stark am Finale. Wir haben die Arche in der Hand. So, kannst du die Arche nicht runterwerfen und dann runterklettern? Ne, leider nicht. Geht leider nicht. Ich kann sie nicht loswerden. Also geht nicht. Ich kann sie nicht loswerden. Oder in den Compact Fright Lift. Gerade rechts im Bild. Das kann sein, ja. Gucken, was haben wir denn hier? Da können wir was machen. Ah, ja. Tatsache. Danke für den Tipp. Und willkommen zur Let's Play Live Show jeden Freitag in Samstag 20 Uhr. Na, super. Äh. Wo müssen wir denn damit hin? Hauen wir den Drive, den Drive Room. Da waren wir nämlich noch nicht. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Was uns da erwartet, werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Der Drive Room war hier, ne? Noch weiter runter. Halleluja. Na, da haben wir die Arche schon mal. Ich hab die Arche, ich kann mich nicht wehren. Das ist unfair. R-Lock? Was? War das richtig? Toll! Können die Eiche platzieren? So, was haben wir denn da? Hat doch Fracht. Achso, können wir die Eiche jetzt abschießen? Was, keine Fracht erkannt? Achso, anbringen. Ah, wir werden die Eiche jetzt wahrscheinlich in den Wildraum schließen. Konfigurationsfehler. Geht's jetzt vielleicht? Ah, es gibt mich gewährt. Boah, hallo, Frame-Rate. Muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen? Kann das vielleicht sein? Sequenz, was? Angehalten. Druckausgleich unmöglich. Was? Äh, was? Kann ich irgendwas machen? Ich kann das nicht machen. Ich will hier... Hallo? Füllt sich das denn jetzt hier? Oder wie ist das? Nein, es füllt sich nicht, aber... Ich kann dir nichts tun. Also... Was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn hier machen? machen an den Dingen hier? Hallo? Okay, da muss irgendwie... Ah, okay, okay, ähm, ähm, ein bisschen Druck fehlt noch, die Frage ist wo. Ladebildschirm. Ich habe übrigens so einen Pülly angezogen, weil es unheimlich gefrischt draußen ist. Ah, ja, sehr schön. Ähm, ich komme nicht weiter. Ah, doch. Bleib hier. Wir folgen der Arche mal, wo es hingeht. Ich dachte, das wäre schon die Abschussstation, aber das war es doch nicht. Hey, bleib stehen. Oh, ist die schnell. Die Menschheit wird survival. Und jetzt? Äh. Hallo? Ähm. Ah, ich meine ähm, ähm. Huh, ha. Das frage ich mich auch gerade, gibt es überhaupt noch Menschheit? Gibt es überhaupt eigentlich noch Menschheit? Weil wir haben den letzten Menschen ja gerade getötet. Wo bin ich hier? Ah, wie süß. Ah, wie süß. Ah, wie süß. Äh. Gehe ich links oder rechts? Ich weiß gar nicht. Ich gehe mal hier lang. Krass. Das ist ja heavy. Immer den Lichtlein folgen. Ja, ich glaube auch. Wir gehen, wie gesagt, ganz stark Finale hier bei Soma. Willkommen zur Let's Play Live Show Folge 175. Und auch für dich auf YouTube. Hallo. Ich glaube Finale Folge. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Jumpscare incoming. Challenge accepted. Äh. Oder hier rein? Was hat denn Smirks geschrieben? Wieso? Bannet Words. Okay. Äh. Äh. Die Wasserkrebsen müssen survival. Ich glaube auch. Oh, okay. Oh, okay. und ach du heiliger Strohsack, wo kommen wir denn jetzt hin? um gotteswillen muss ich hier vielleicht lang oder muss ich durch die tür ich probiere erstmal die tür aus zack so heute noch Outlast Whistleblower weiß ich noch gar nicht mal gucken was der abend noch so bringt also ich denke mir mal dass wir so mal heute auf jeden fall erstmal durchspielen werden das auf jeden fall weil wir ja ziemlich nah am finale sind oder ziemlich nah am ende mal gucken was wir nachher noch spielen ok es sieht aus als kommen wir hier weiter oder aber wo geht es denn dann da hinten lang wo kommen wir denn hier hin? ach hier geht es überhaupt nicht weiter oder? oder doch? nein hier geht es nicht weiter gut haben wir das auch gesehen go 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 freundin pin schon hab Zeit wie die schläft? die soll es ruhig mitbekommen Level 7 Level 7 Level Up so Level Up noch mach ich lustige Sprüche ja wir sind nah dran du musst die WoW aufhalten die sagt w hals was wie ich w auf w w w w w w Aber sie wusste nicht. Sie haben ihn in den Kabinett. Sie haben ihn sehr verletzend. Sie müssen ihn nach Alpha, den Fountainhead der Miserie geöffnet werden. Aber sie hat es herausgefunden. 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 Sie alle sterben. Sie... 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 Sie hat den Kabinett von den Kabinett und gehst dir selbst in einem venerischen Schneck. Sie sagen, dieses Toxin in mir kann die Wild... alle zusammen? Sie sind ein Schneck, Son. Nun streich auf die Hände. Prost. Freunde, Angst. Ja, ich habe auch Angst. Vier Monate gibt es schon zwei Jahre LPLS. Ja, unglaublich. Ja. Am 7.2. feiern wir zwei Jahre Let's Play Live Show. Unglaubt ihr, dass es schon zwei Jahre sind? Wir kennen uns schon zwei Jahre. Ist unglaublich. Darauf habe ich gewartet, dass wir an dieser Stelle des Spiels sind. Und... Denn das kennt man irgendwie von so... Von dem allerersten Trailer, glaube ich, hat man das mal gesehen. Das Level. Das war der einzige Trailer, den ich mir vom Spiel angesehen hatte. Ja, willkommen zu der Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr, Folge 175 heute. Da ist er! Da ist er! Und was ist mit der... und was ist mit... Ich will das aber nicht. Und was ist mit der... Was ist denn mit der Dings? Wir können raus, sogar wenn wir wollten. Was ist denn mit der... mit der Dings? Was ist denn mit... mit... mit der Arche? Kann ich zulassen, dass die Wow weiter... Schmutz produziert. Ich töte sie. Alles fing mit Outlast an, das stimmt. Ja, drück deinen Arm hinein. Mein Gott, ey, das... Das sieht aus wie... Entschuldigung, ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Es sieht aus wie ein Arschloch. Ich muss... Stoß den Arm ins Arsch. Das... Das sieht aus wie ein Arschloch. Das... Ich muss es sagen, wie es ist. Es ist... Ich kann gehen, ich kann das aber auch machen. Was soll ich tun? Ja, davon hat kommen, der Waffe geschlungen wird. FISTER! Jaaaa! Das ist... Oh! 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 Mein Arm ist ab! Oder meine Hand! Wieso nicht? Ich sollte hier verschwinden! Ich sollte hier ganz schnell verschwinden! Aber ganz schnell! Ich sollte hier ganz schnell verschwinden! Alter, hab ich mich unterschrungen! Die Rosette brennt! Alter! Ach du heilige Scheiße! Lauf! Lauf! Wo muss ich hin? Lauf! Lauf Simon! Lauf! Hallo, duck dich doch! Lauf! Der scheiß Vieh ist da! Lauf! Wir haben nur noch einen Arm im Übrigen! Oder beziehungsweise eine Hand! Er kann nur noch mit der Rechner anfisten! Ah! Was? Was? Ach du Scheiße! Wo bin ich? Wo? Wer? Was? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Nein! Gewick! Gewick! Glaub ich richtig? W stability! Ich weiß es nicht! Ich hab keine Ahnung! Kann ich da, 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 da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Ich will nochmal fisten, ich will nochmal fisten. Mit der anderen Hand. Du Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ist Rennen so eine gute Alternative? Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, wo die Arche ist. Ich weiß nicht, ob ich renne oder geduckt bleiben soll. Jetzt weiß ich, wo der Ausdruck im Arsch kommt. Ja. Mein Gott, bin ich im Arsch. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Was war hinter der Tür? Ich weiß es nicht. Wo bin ich? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Ich bin wahrscheinlich vollkommen falsch. 100% bin ich vollkommen, oder? Ja, bin ich. Toll. Ich bin zurückgelaufen. Super. Na, ganz toll. Vielleicht gibt es ja zwei Enden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn jetzt? Alter, lauf. Alter, lauf einfach. Lauf. Er kann nicht rennen. Er kann nicht rennen. Er kann nicht rennen. Da ist er wieder. Das war's. Rudolf. Ich versuche gerade mal, dem grünen Licht zu folgen, aber ich bin gleich tot. 100%. Da wette ich mit. Da wette ich mit. Ich komme da niemals an. Niemals. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Ach du Scheiße. Das war's. Was denn jetzt bin ich? Hä? Hä? Komm, du schaffst das. Ich versuche es. Ich bin total angespannt. Man merkt es mir überhaupt nicht an, ne? Ich sollte vielleicht gleich mal irgendwo meine Hand irgendwo reinstecken. In den, in den, in den After irgendwo. In irgendeinen After, der hier rumliegt. Dann geht es mir wieder besser. Ich renne da zum roten Licht. Ich will nicht rennen. Ich habe Angst, dass es dann mich schneller kriegt. Wir kommen auf jeden Fall näher. Da ist eine Kuppel. Ich glaube, da müssen wir hin. Da, da, da. Gibt es da. Gibt es da was zum Fisten? Das war's. Ach du Scheiße, Gugube. Lauf! Der rennt nicht. 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 Doch der rennt. Aber, ah, das ist nicht gut. Da ist ein Knopf. Drück den Scheißknopf. Drück den Scheißknopf, Alter. Schwenk dein Scheiß-Tuhl. Schwenk dein Scheiß-Tuhl. Ich kann gleich nicht mehr. Gott, dieser Stress. Ich werde zu alt für den Scheiß. Prost. Ja, ich habe gerade nichts mehr hier. Ladebildschirm. Schnellstraße zu den Sternen. Da habe ich gerade die Trophäe erhalten. Hoffentlich ist die Arche in einem Stück hierher geschafft. Ja, ich würde sagen, machen wir für YouTube eine kleine Folgenpause und dann geht's ins Finale.